Abena hat seinen Hauptsitz im Süden Dänemarks. Von hier aus liefern wir hochwertige Lösungen an Kunden in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Endkunden in mehr als 80 Länder der Welt. Unsere Aufmerksamkeit gilt den Menschen auf der ganzen Welt, die in Pflegeheimen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen arbeiten. Unser Sortiment unterscheidet sich stark von damals, als Jens Terp Nielsen das Unternehmen im Jahr 1953 gegründet hat. Die grundlegenden Ansprüche und Werte sind seitdem aber unverändert. Partnerschaft und Vertrauen sind die Grundlage unserer Arbeit und bis heute ist Abena ein Familienunternehmen. Unser Geschäftsmodell ist noch immer von den Anfängen geprägt. Als der Firmengründer mit einem Fahrrad zu den Bauern in der Region gefahren ist, defekte Jutesäcke eingesammelt hat, reparieren ließ und sie wieder verkaufte. Wie unsere Produktspezialisten heute nahm sich Jens Terp Nielsen Zeit. Er wollte die Kunden und ihre Bedürfnisse verstehen, sein Wissen über die Produkte ausbauen und die perfekte Lösung finden. Und am wichtigsten Leben für seine Kunden einfacher machen. Heute sind unsere Kunden auf der ganzen Welt tätig und wir arbeiten noch immer nach dieser Philosophie. Unsere Spezialisten haben ein umfangreiches Wissen über unsere Produkte. Ob wir diese selbst entwickeln und an unseren Standorten in Dänemark, Schweden und Frankreich herstellen oder sie über unser Abena-Netzwerk auf der ganzen Welt beziehen, unser Anspruch ist stets derselbe. Höchste Qualität. Mit Blick auf die Lieferzeit für unsere Kunden sind Abena-Produkte in Warenlagern in ganz Europa verteilt. Immer nah am Kunden. Unseren Healthcare-Kunden, Personal und Endnutzern versprechen wir eines. Abena macht ihr Leben einfacher und mit uns zu handeln wird für sie stets zu einer positiven Erfahrung. Unseren Kunden bieten wir einen einzigartigen One-Stop-Shop mit dem größten Sortiment im Gesundheitssektor am Markt. Das spart ihnen Kosten, wenn sie mit nur einem Partner zusammenarbeiten. Unseren One-Stop-Shop erweitern wir ständig, indem wir Einrichtungen im Bereich der Gesundheitspflege auch Produkte für den Food Service, Abfallentsorgung und Papierprodukte anbieten. Wir liefern ein breites Sortiment an Einwegartikeln, Reinigungsprodukte, Hotelleriebedarf, Kaffeebecher und Tischgedecke für die Gastronomie, Cafés, Hotels und Kantinen. Für Mitarbeiter und Patienten ist Abena ein Qualitätssiegel für individualisierte Pflege. Wir bieten alle Produkte, die für eine optimale und umfassende Versorgung in Pflegeheimen und Krankenhäusern nötig sind. In unserem umfangreichen Sortiment führen wir Inkontinenzprodukte, Hautpflegeprodukte, Handschuhe, Körperpflegeprodukte, Schutzkleidung, Bett- und Oberflächenschutz und Produkte für die Wundversorgung. Abena ist stolz auf sein Engagement für die Umwelt und auf seine Eco-Zertifizierungen. Als erster Hersteller von Inkontinenzprodukten und Babywindeln sind unsere Produkte mit dem Nordic Eco-Label zertifiziert worden. In unserem Werk in Dänemark können wir 95% unserer Produktionsabfälle wiederverwerten. Mit Tochterfirmen in ganz Europa und Vertriebsorganisationen in den USA und China sind wir weltweit engagiert. Unsere Logistik mag sich seit der Gründung unserer Firma verändert haben. Aber unsere DNA ist noch dieselbe. Wir streben danach, unsere Kunden zu verstehen, ihnen die beste Lösung anbieten zu können und ihr Leben einfacher zu machen. Abina. Because we care. Wir sind einfach nur eine Flachstörer des Lebensmittels, also die Wir sind einfach nur eine Flachstörer des Lebensmittels, Wir sind unter anderem der Störer zu werden. Wir wollen jetzt anbieten. Vielen Dank.